Willkommen zu The Hunted und dieses wunderbare Game kam ganz frisch raus und da ich ja Games liebe, indem wir im Multiplayer heute zusammen mit Seth und Papo ein Wesen jagen oder von einem Wesen gejagt werden, dachte ich mir, müssen wir das unbedingt ausprobieren. Ich würde mich über einen Daumen nach oben sehr freuen, über ein Abo auch und kommt gerne vorbei auf www.twitch.tv-live, denn meine Live-Community ist gerade auch dabei. Ich habe mega Bock, wir gehen jetzt rein und ich glaube, es wird intens. Ey, was hat der denn nicht für Geier, der Tisch ist komplett leer gelootet, da stand doch vor uns Heus raus. Da war nichts. Fotografiert das Abendessen. Ja, ich kann nicht. Alter, können wir fotografieren von dem Leichnen? Ich habe ja nicht mal eine Taschenlampe. Ihr müsst es fotografieren, rechtsklick. Achso, rechtsklick. Ihr habt auch diese überdimensionierten Eastpacks hier auf, Alter. Kannst die ganzen Thunderbären reinpacken. Kann ich jetzt die Items nicht wieder rausschmeißen? Das wäre ja voll Ass. Ja, weil du mal so ein Gierschlund bist, Alter. Vielleicht auf Tab? Nee, aber... Weißt du, der kommt hier in die Lobby, ist nicht mal eingeladen, hält seine Hände auf, in Erwartung, dass es wieder ihm alles stimmt. Hä? Natürlich halt. Also es ist einfach nur noch von Gott. Ich habe gefragt, Mann, ey. Voll die Psycho-Augen. Gebt mal hier hin und drückt rechtsklick und dann könnt ihr die Kamera auswählen. Und dann macht den Foto. Ich mache jetzt ein Lagerfeuer neben dem Original-Lagerfeuer, okay? Wer ist denn jetzt nur Schneff? Wer ist denn Schneff und wer ist nur Seff? Darum geht es jetzt gerade nicht. Das ist jetzt mal verwirrend. Ich bin nur Seff. Das ist mein Lagerfeuer, das hier. Das andere dürft ihr haben. Wuh! So. Und jetzt rein. Und jetzt passiert nichts, oder? Nee. Nur mal eine Partie, Felix, bin ich so Sankti. Ihr fotografiere jetzt den. Genau. Hab ich doch schon mal. Ach so, aber der ist bei mir immer noch da. Hey, sag mal, einer von euch hat zwei... Oh, es regnet. Kann ich euch irgendwie töten? Papo gibt den Radio. Ich kann euch nicht töten, das ist natürlich blöd. Also was müssen wir eigentlich, worum geht es hier? Wir müssen ein Wesen finden, das hier Menschen töten. Das ist halt wie Bigfoot. Wir müssen die Leichen finden, fotografieren mit... Der Papo hat ja sicherlich drei Kameras aufgehoben. Und dann... Bestimmt. ...müssen wir halt überleben und den töten. Es ist genau wie Bigfoot, nur ohne große Füße. Ja. Ja, es ist Big Wings oder so heißt das. Chicken Wings. Das ist kein Scheiß. Was? Heißt das so? Was? Woher weißt du das? Woher weißt du das? Oh mein Gott. Woher weißt du das, Schneff? Ich mach mal ein Spiel, was Big Balls heißt. Da musst du einfach so ein Monster am Wald fangen mit einem übelst dicken Arum. Das find ich nicht schlecht. Das geht auf YouTube viral, glaub ich. Ich glaub auch. Ey, da hinten steht jemand im Wald, ne? Ach, wo? Oh, krass. Das war nur das. Mann. Oh, die Musik. Was ist das hier? Oh, hier ist Wasser drin. Und Essen, das hol ich mir direkt. Hör euch das zu nehmen. So, richtig. Sätze ich. Geier, ey. So. Die Musik ist irgendwie komisch. Hörst du das? Ja. Kann man irgendwie die Map öffnen? Kann man irgendwas? Die Map war eben da vorne an dem Posten. Ja, haben wir keine Mobilen? Damit meine ich nicht dich, Papo. Ey, wie du rennst. Erst hättest du wirklich Big Balls oder wärst du kastriert worden. Was? Man nimmt mich auch Papo den neuen Huchen. Auf jeden Fall ein süffisanter Hackenausschlag. Wenn ihr zu lange lauft, dann seid ihr so voll drunk auf einmal. Echt? Als hättet ihr euch irgendwie, ach, da habe ich einen reingeorgelt. Ach, wir haben auch Hunger und Durstig. Aber wir haben ja noch... Mach gerne noch mehr Information. Ja, da muss ich jetzt... Oh, ich habe es noch kurz getrunken und ich esse auch was. Ah, okay. Wir müssen... Haben wir keine Waffen? Weil ich glaube, da müssen wir wirklich nur alles absuchen und dann abhauen. Und dann hier müssen wir wieder raus, sobald wir alles gefunden haben, nehme ich mal an. Ich glaube, wir müssen Vorräte sammeln. Wir sollten uns jetzt das aber mal wirklich verteilen, weil ich habe nichts zu essen und ich habe nichts zum Trinken. Tja, das ist survival of the fittest, sag ich mal. Wir haben keine Waffen, tatsächlich. Wir müssen nur alles erforschen, überleben und dann abhauen. Wie machst du die Taschenlampe an? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Jagd beginnt. Tee für Taschenlampe. So, boah. Ich glaube, actually, ist es dort englisch, oder? Ja. Für Taschenlampe. Check, Taschlight. Für Taschlight. Was war das? Big Stimmbänder, Alter. Großes. Voila, wo gut ist. Wollen wir dem Pfad folgen? Ja. Im Pfad der Gerechtigkeit? Ja. Ich muss noch die Kategorie wechseln. Oder es machen meine Mods. Die können auch mal den Squad Stream annehmen. Haben sie es schon. Meine Mods sind ultra faul gerade. Die sind alle so, ey, ich habe gar keine Lust zu modden. Ich möchte über Videospiele spielen. Karin, schwer Videospiele spielen. So, rein gehen. Da hinten leuchtet was. Lasset uns dort hingehen. Ist das die Laterne von Narnia? Das ist bestimmt eine Lampe. Ey, das sind Gascontainer. Das sind die Tanks von Slenderman. Ja, dachte ich mir auch gerade. Was sind das Slendertanks? Warum stehen die hier? Stimmt. Komm, was ist das für eine awkward Aufreihung von Sacken? Wieso müssen die beleuchtet werden? Oh oh, oh oh, oh oh. Wieso habe ich Herzschlag? Ich bin so schweig gerade. Oh oh, oh oh. Ah, ich habe Angst. Wovor aber? Weiß ich nicht. Irgendwas passiert gleich. Wir müssen mal vielleicht in irgendeine Hütte, oder? Werden ja von oben angegriffen. Um ihren Tank aufzufüllen. Können wir einen reintanken vielleicht? Mir ist kalt. Mir auch. Ah, deswegen Feuer. Aber ihr geht schön an Eures. Oh oh. Ich habe ihn angeleuchtet. Schaut euch das an, wie er davon stolziert. Oh mein Gott, mein Herz. Ey, guck mal hier. Das ist eine große Fledermaus. Nimm das nicht. Batman. Das war wirklich ein Fledermaus. Das ist wirklich Big Wings, oder? Chicken Wings, wo bist du? Nein, ich pack das nicht. Wohin müssen wir? Da hinten ist Licht. Wir müssen da hinten hin. Warum ist das so eine Drama Queen, Alter? Was haben wir ihm getan? Ach, du meinst mich? Ich meine dich auch. Was haben wir ihm getan? Mir ist gerade so kalt, ne? Ich habe nur noch 64. Ja, mir ist rot kalt. Ihr verliert wahrscheinlich auch Heilung gerade, gell? Weil es kalt ist. Shit. Warte, aber wie macht man das jetzt? Na, ein Feuer. Kann jemand ein Feuer? Oh shit. Oh shit. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Okay. Aber wo ist jetzt Batman? Das Blöde ist, meine Heilung geht nicht. Oh mein Gott. Sorry fürs Schreien. Tut mir leid. Das ist gar kein Problem. Wie habt ihr den jetzt irgendwie, wie habt ihr den in die Flucht geschlagen? Ich habe ihn angeleuchtet. Ja. Das macht ja auch. Gehen wir weiter? The Hunted heißt es, oder? The Hunted. Es gibt verschiedene. Wie verschiedene Monster. Wir sehen halt auch aus wie so Bahnhofs-Graffiti-Künstler. Wir sehen richtig gruselig aus. Okay. Wir gehen uns weiter, ne? Weiter durch die Nacht. Gibt es verschiedene Monster, oder was meinst du mit verschiedene? Ne, ich glaube es gibt nur eins. Und das bin ich. Weil es ist ja The Hunted und nicht The Hunted. Empty. Oh, was ist das hier? Ich kann es hier aufmachen. Ich auch nicht. Ich gehe auf den Ausguck. Du bist leer. Alter, hier liegt was. Oh, unsere Batterie. Oh, hier ist eine Hütte, Leute. Da können wir uns verstecken. Nein, die geht nicht auf. Ich habe Jürgen fotografiert. Wo? Ich will es hin. Oh Gott. Oh shit, ich bin runtergefallen. Okay, same. Warte mal, wo ist es nur? Hopp. Oh yeah. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh nein. Nein, Jungs, ihr seid jetzt nicht tot. Hey. Doch, wir sind nicht. Wir sind nicht. Wir sind... Oh, scheiße. Nein. Ich bin Reinoid Messner. Ich kann klettern wie ein Affe. Hallo, ich bin da. Oh nein. Ich bin hochgesprungen. Wir rein, Neut Messner. Oh, das ist ja schon richtig. Ja, 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 ja. Gut gemacht. So, wir haben sich in Ruhe hier oben, Affrion. Lassen wir jetzt zum Lagerfeuer gehen, oder? Ja, unbedingt bitte. Zum Versagerfeuer. Ich kann nicht mehr rennen, that's why. Ach, weil du keine Ausdauer hast. Nein, jetzt bin ich unten. Hilfe, ich habe keine... Okay, da. Nein, 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 ich sehe euch nicht mehr, Leute. Ich habe keine Taschenlampen-Battery mehr. Wir sind beim Feuer. Wir tanzen, wir rumpeln stets in uns Feuer. Okay, ich komme. Ich höre den Dreh irgendwie in der Ferne. Ich habe keine Battery mehr. Ich muss mich jetzt erstmal kurz heilen, sonst sterbe ich wirklich. For real. For real real? Habt ihr irgendwie Taschenlampen-Battery? Be real. Ey, ich habe nur noch 9%. Ich bin gleich tot. Nee, ich habe gar keine, leider. Oh Gott, Hilfe. Ich bin tot gleich in 6... Ich kann mir nur einen reinsaufen. Oh Gott. Wow, man heißt sich nur 30%. Ja, ja, habe ich auch festgestellt gerade. Ach so. Deswegen habe ich ihn nicht mehr geleuchtet. Stimmt, die Batterie. Warte mal. Bist du genug? Hey, was habe ich jetzt gemacht? Ich bin beim Lagerfeuer. Hey, ich habe jetzt irgendwie mit C. Ich habe irgendwas rausgeholt. Oh, wir haben eine Taschenlampen. Ja, da... Nee, nee, ich bin nicht unten. Wo kommst du denn da drauf? Das hast du doch gesagt. Nein, du hast mich jetzt nicht wieder geholt. Doch, ich habe dich wieder geholt. Oh, süß. Wie hast du ein Foto gemacht? Da ist... Fotografieren, Fotografieren, Fotografieren. Wie konnten wir das nicht sehen? Fotografieren. Oh Gott, Hilfe. Du Ressliger. Der stand da die ganze Zeit. Ah, wir brauchen Batterien für die Kamera auch. Ja, aber wir müssen die Leichen fotografieren. Nur dann zählt es als Hinweis. Und dann, wenn wir genug Hinweise haben, können wir nämlich die Map verlassen. Das ist das Ziel. Aber ich habe keine... Ich habe halt nichts für die Kamera. Wann wird es denn endlich wieder hell? Ja, das frage ich mich auch die ganze Zeit. Das ist voll arsch, dass es die ganze Dunkel ist. Weil dann müssen wir... Das ist halt so nachts. Ja, ich hasse nichts. Ich will gar nicht weg, weil ihr sterbt. Euch ist ja kalt. Nö, mir ist warm. Das Ding ist... Hab ein Foto. Oh mein Gott. Nice, wir brauchen sieben. Ah, eins von sieben müssen wir nochmal. Ey, du hast den Typen da beim ersten Lagerfeuer nicht fotografiert. Ja, du auch nicht. Hast du mir da auch einen Stuporiegel? Äh, ich habe was, ja. Aber wie kann ich dir das geben? Äh, kannst du es mir im Mund stecken. Okay, warte. Wir müssen halt echt nachher mal unsere Ration aufteilen, dass sich jeder was hat. Ja, die ganze Ration teilen wir schon. Ich will, dass hell wird. Was machen wir jetzt? Wir können ja nicht weit weg. Ich habe keine Taschenlampe mehr. Sobald wir vom Feuer wechseln, wird uns kalt. Ja, aber wir können noch ein neues Feuer aufmachen. It's a little bit problematic. Können noch ein neues Feuer aufmachen. Ja, ich habe meins neben das erste gesetzt. Das war gut. Aber man hat, glaube ich, so ein paar Sekunden cool da. Nein, mir ist echt, also ich bin... Okay, let's go. Wir müssen uns halt echt unsere Taschenlampe eigentlich einteilen. Ja, warum hat Schneff, wie hast du das wieder licht? Wie hast du das aufgeladen? Hast du das gefunden? Nee, ich habe gar nichts. Ach, ihr könnt, habt ihr gar keine Batterien? Also wenn ihr rechtstellt macht, dann habt ihr in der Mitte unten keine Batterien? Nee, null. Ja, weil du alles rausgenommen hast. Genau deswegen bist du ja noch so am Start. Ja, gut, dann bin ich jetzt der, der von uns. Ja, bitte. Da vorne ist eine Bank. Oh Gott. Oh, da gebe ich was ab. Shit. We are fucked. Okay. Ähm. Okay. Da unten sind die Tanks wieder. Oh, oh, mein Herz. Ey, sag mal, was habe ich eigentlich für eine Lunge, dass ich nach drei Sekunden schon nicht mehr laufen kann. Ich habe, ich verhungere gleich, ne? Ich dachte, du machst so viel Spaß. Ja, ich würde, ich würde, ich würde, ich würde, ich würde, oh nein. Oh nein, da ist er wieder. Oh Gott, er hat keine Lust mehr. Ich habe, ich habe ihn fotografiert. Ach nice, echt? Ach, damit können wir ihn abwehren. Ja, wirklich? Fotografieren, wehrt ihn ab. Ja, na klar, ist ja auch eine Fledy. Okay. Ah. Ist das denen nicht eigentlich egal, weil die sowieso mit Ultraschall und so? Ich weiß nicht, ob Fledys so geil finden, fotografiert zu werden. Aber der ist halt zu dick, um zu fliegen, ist das Ding. Das, das, deswegen ist der sauer. Das ist ein richtig dicker Brummer. Oh, meine Flügel sind übel zu los. Hier, Abo, Abo, komm mal her. Ja, komm mal hierher. Oh, ja, ja, klar, na klar. Und den am Anfang auch. Aber der nagt das immer schön ab. Naja, der lässt nichts übrig. Und den am Anfang auch nochmal. Er ist sehr viel, du läufst, ne? Das hättest du wirklich zu dicker Balls. Ich lasse mal nicht aus, ne? Weil das brauchen wir ja gerade nicht. Ja, wir müssen noch mit der Taschenlampe. Ja, ja, ich sehe sehr viel. Das stimmt schon. Ich sehe gleich uns. Wir rennen schon wieder gleich in eine Schlucht, ne? Ich sehe es schon kommen. Nein, 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 nein. So was passiert nicht. Wir sind Profis. Leute, habt ihr nicht auch vollbegurten Ausflug? Ja! Ich fände es viel gruseliger, wenn hier so ein Schlander-Man hinter der Wand stehen würde. Das wäre geil. Ihr müsst warten, ich kann nicht mehr rennen. Ich habe fliege gleich und ich verhungere. Oh, dann lass mal schnell Lagerfeuer machen. Da hinten ist doch, lass doch zu dem Lagerfeuer gehen, was hier vorne ist. Dann müssen wir eh noch den Weg zum Fotografieren. Hier rechts. Ach hier. Leuchten und weich. Ja, ja, ja. Okay. Oh, oh. Oh Gott. Also es ist schon echt nicht ohne hier. Ich brauche... Wir müssen jetzt auch gleich nochmal alles schön aufteilen hier, ne? Das geht so nicht. Ja. Nächstes Mal nimmst du nicht einfach alles für dich. Voll immer ist es schon hier gewesen. Genau. Genau, finde ich auch. So, kommt wieder so der Trigger-Figure-Rot. Das ist Badfoot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell, 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 Leute. Oh, ich krieche gleich dahin, ey. Okay, so, hier nochmal ein Foto. Oder haben wir drei? Yay, look at this. Von sieben. Wird es auch mal wieder hell oder kommt? Ist es jetzt so, wir sind jetzt in dem Fluch und es ist nur dunkel, weil nur abends ist die Fledermaus aktiv und deswegen bleibt es jetzt dunkel? Weil dann sind wir am Arsch. So, wo sind wir denn gestartet? Wo sind wir denn? Warte mal. Ich glaube hier auch. Ah, 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 ah. Ich habe ihn nochmal fotografiert, der Bray. Oh mein Gott, oh, das sieht aber gruselig aus, ey. Oh, der schnappt. Oh mein Gott, ich glaube ich gucke. Oh, der tut weh. Ich habe nur noch 25. Au. Ani zum Body. Au. Au. Okay, ja, dann müssen wir jetzt weitergehen, wa? Ja. Okay, also wir sind ja gerade... Wie viele Filme hast du noch? Rechts gegangen. Wir gehen jetzt nach links. Ja. Also nee, jetzt vorne rechts quasi. Was ist denn mit Fressen? Hä, wir gehen rechts? Ich habe noch sechs Batterien. Du Spralle. Kann ich hier was rausschmeißen? Nee, geht nicht. Also Game Design ist, hm, lecker. Wie viele Filme hast du noch in deiner Kamera? Ich kann noch insgesamt sechs Fotos machen. Okay, perfekt. Dann hast du wirklich alle genommen, du Geier. Nein. Macht sich einfach zum Main-Character selber. Fabouret, Alter. Ja, ich wusste nicht, dass man das nicht aufteilen kann, weil ich dachte, ich mache es nicht. Latte Marquette. Latte Marquette. Boah, das war doch auch Bigfoot, oder? Das Latte Marquette. Wie, wo wir das hatten? Ja, stimmt. Stimmt. Ja. Bigfoot war ganz schlimm, das Spiel. Oh Gott. Weil ich hasse Füße. War aber geil. Das war echt nice. Bigfoot ist cool. Ich komme nicht hinterher. Wir müssen auf Sophie warten. Der hat bestimmt Hunger. Ja, ich habe keine Ausdauer. Die regeneriert sich kaum. Ich würde dir gerne Essen geben. Ich habe nämlich voll viel. Es muss doch irgendwie funktionieren, dass wir uns Essen geben. Das ist ein kleines Indie-Game. Ich glaube, das geht nicht. Wahrscheinlich haben sie gedacht, oh, man kann sich... Da kommt er wieder. Da kommt er wieder. Da kommt er wieder angestratzt. Das ist schon bruselig von beiden. Von Egoisten für Egoisten. Aber denkt dran, dass wir nicht zu viel fotografieren dürfen. Wir müssen ja auch die Lachen fotografieren. Ja, aber ich muss ja auch den Bray fotografieren. Weißt du, wie ich meine? Ja, ein L. Wir finden bestimmt noch Filme und so. Oh, ich weiß nicht so. Ja, ich glaube auch. Wenn wir so ein bisschen rumsuchen. Guck mal, da vorne ist ein Haus. Wenn Papu vorne rennt, kriegen wir nichts mehr. Ja, ich hole mir alles. Aber wirklich. Oh, hier vorne ist Essen. Das wollte ich mir direkt nicht machen. Nein. Du findest nur noch übelste Krümel in dem Haus. Ich komme gar nicht rein. Oh ja, hier ist Essen. Ich weiß gar nicht, wo rein. Guck mal hier. Ich weiß nicht, wo rein. Hier. Ich sehe halt nichts. Ihr müsst warten. Seffen, hier. Seffen. Hier ist auch noch Wasser. Hier ist auch noch Wasser. Ja, das brauche ich auch. Oh, Seffen, wie du da langst. Ich weiß nicht, wo rein. Hier ist Essen. Komm, guck. Hier nimm sie. Gib mir Essen. Nimm dir Essen da. Ist das Essen? Ja. Eine Ration. Gib mir das andere auch. Eine Bottle. Eine Bottle. Eine Bottle. Gibt es hier noch irgendwas für uns? Stromschlag. Oh ja. Das hilft aber. Das hilft nur bedingt, ne? Ja, das hilft nicht unendlich. Wir müssen wieder ein Lagerfeuer machen. Ja. Hier muss 100 pro eine Leiche irgendwo sein. Papa hat schon fotografiert, glaube ich. Ja, habe ich schon. Die liegen irgendwo nicht hier. Hier, hier, hier. Okay, habe ich gar nicht gesehen. Nice. Der hat das wenigstens schön warm. Ja. Wusste sein Kopf, Alter. Wie lange wollt ihr eure Eier haben? Sechs Minuten oder? Alle. Immer fünf und halb. Wachs weich? Okay, ich bleibe mal hier stehen. Ich habe auch so ein paar Slenderman-Vibes hier. Auch jetzt mit dem Turm. Fehlt nur, dass wir eine Seite finden. Und dann kommt es auf einmal Slenderman noch dazu. Heißt er nicht eigentlich Slenderman, weil er die ganze Zeit rumschlendert? Ja, der Slenderman. Oh, guck mal, da guckt er uns wieder an. Er kommt schon wieder. Oh, oh. Der Sohn seiner Mutter. Jetzt reicht es mir aber mit dir. Also, es wird halt echt nicht mehr hell, ne? Oh, ich habe noch was anderes. Guck mal. Oh, geil, den habe ich auch. Damit können wir ihn auch wegmachen. Oh, nein. Wahrscheinlich. Okay, lass mal weiter. Okay, oh, die Polizei kommt. Oh, shit, 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 shit. Er versteckt durch den Brass. Oh, mein Gott. Das hat ihn so aggressiv gemacht. Nein, hat es nicht. Nee, der hat nur gerülpst. Ja, ich glaube auch, der hat einfach durch. Also, der hat ein bisschen. Okay, wollen wir den Weg weiter folgen? Ja. Weil ich glaube, da müssen wir lang. Seth, bist du da? Ich bin hier bei der Taschenlampe. Bei der Straßenlampe. Was ist das? Äh, äh, Straßenlampe? Ah, da hinten. Wir müssen in die andere Richtung laufen. Wir müssen in die andere Richtung. Ich sehe dein Licht. Ich will... Oh, wie leuchtet das noch ein bisschen? Ja. Ich habe ganz dolle Durst. Tja, ich habe was, aber ich weiß nicht, wie es dir geben soll. Ich habe nur noch 17% Lebenspunkte. Okay. Ey, die Zeit, wo wir jetzt da standen, habe ich wieder Hunger gekriegt. Was haben wir eigentlich für einen Stoffwechsel, ey? Dass wir nicht mal drei Stunden ohne Wasser auf... Das ist krass, die ganze Dose. ...fucking Kidneyboden oder... Ja, aber echt. ...das war... Okay, da vorne ist wieder ein Licht. Ja. Also drei müssen wir noch fotografieren, oder? Ich komme nicht hinterher. Hier ist wieder eine Box. Oh mein Gott! Ich kann nicht rennen, ich kann nicht rennen! Warte, Bengalo! Ich bin Bengalo Patronum! Oh nein! Legalo Patronum! Ich bin fucking gestorben! Nein! Können wir dich... Oh, können wir dich... Collected Items! Ich bin jetzt hier oben! Ich schwebe! Ich schwebe alles! Du hast gar nichts gehabt. Ich schwebe über euch! Ey, du Geier, Alter! Ich glaube, das war es jetzt eh gleich. Okay, was brauchst du? Lol! Ich brauche trinken! Dann nimm das! Ich nehme die... Okay, dann kannst du Essen haben! Ich will die Batterie... Oh yes, geil! Und nimm die Essen noch! Aber jetzt ist Seth tot! Wie kann ich die Batterie aufladen? Ja! Toll! Du musst rechts schicken machen und dann musst du auf die Kamera oder auf die Taschenhandel drücken, wenn du in der Mitte unten Batterien hast. Ah, jetzt! Oh Gott! Okay! Okay, wir müssen weiter! Können wir Seth irgendwie wiederbeleben? Äh... Also ich flickert hier noch als Geist um euch herum! Das ist auch nicht schlecht! Naja! Aber ihr seht mich nicht, ne? Nee! Ups! Oh oh! Shit! Ich kann euch meinen Arsch zeigen! Ich nehme auch mal an, es wird wahrscheinlich so funktionieren, je mehr Leichen fotografieren, desto eher kommt der Brie raus! Desto eher komme ich! Oh, da... Da ist er schon wieder! Ach man, du bist echt ein nerviger Nervbold! Genau, du kannst ein Foto machen! Ein Tunst! Okay, weiter geht's! Yes! Oh Gott, Hilfe! Ich bin fast am Verrecken! Ich auch! Sollen wir mal ein Lagerfeuer machen? Hier! Kann ich nicht! Ja, mach mal! Ich glaube, ein Unruhestifter! Oh yes! Oh, Seth! Gib uns ein Zeichen! Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelhainzchen stieß! Ich, äh, ich steh direkt im Feuer! Bist du meinen kaltem Atem? Ja! Ich vermiese deinem Atem! Oh, ich glaube, vorn ist noch ein Leichnam, oder? Aber warum ist es denn... Wieso wird's denn nicht mehr hell? Ja, weil die Nacht... Oh ja, mach'n Foto! Und der Sunshine will shine together! Okay, wir müssen eigentlich nur noch zwei Fotos machen, ne? Eigentlich nur noch, während der uns am Arsch hängt und Seth tot ist und wir zu zweit sind. Ich bin tot! Ja! Ich bin tot! Ja! Ja! Ich bin tot! Wieso bin ich tot? Oh, ich hab' noch 4 HP! Oh, ich hab' noch 4 HP! 4 HP! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Wir müssen... Machen wir mal ein Ding auf, bitte! Ja, ne, eine... Feuerlager... Lagerfeuer! Oh, nein! Da hier ist ne Kiste! Mit Medkit an der Seite! Oh, scheiße! Vielleicht kann ich dich wiederbeleben! Nee! Könnt ihr euch heilen? Ja, die muss ich jetzt... Ich bin irgendwo im Buschwerk! Ich hab' schon die Ameisen! Wieso bin ich tot? Nein! Ich bin hunted! Sind wir alle jetzt verhungert? Ja! Nee, ich bin... Ist das dumm! Was für ein dummes Spiel! Also, Leute, nochmal und jetzt mal ein bisschen friendlier hier, ne? Das bedeutet, wir werden uns jetzt bitte mal nicht alles weglooten und ein bisschen friendly spielen. Also, wir teilen es auf! Wir können uns natürlich auch aufteilen! So, ein Wasser... Jeder nimmt eine Sache! Eine Batterie... Ja! Eine Flare... Und ein... Ein Dingskasten! Mach dich! Ich nimm den Rest! So, ich mach' schon mal hier ein Foto von dem Leichnam! Oh, jetzt hab' ich nichts zu essen! Aber wir finden ja auf dem Weg direkt... Ja, eben! Okay! Ja! So, okay! Dann jetzt keine Taschenlampen anmachen und direkt hier die fotografieren, die Leiche hier! Okay, Taschenlampe an! Genau! Ich werde das Querfeld einlaufen! Ja! Ähm, wo treffen wir uns? Was ist unser Plan? Schnell, schnell, wir müssen planen hier mit der Insel! Hier, Foto! Wer macht eins? Schon gemacht? Lass mal das Feuer anzünden bitte! Achso, gut! Aber uns war doch nicht kalt oder? Gut, dann... Ich weiß gar nicht, wie du das machst! Mit E! Chat wollte ich gerade sagen! Chat! Also, wir sind beim Lagerfeuer! Ja! So, wer geht zu den Tanks und zum Aussichtsturm? Wer macht das? Oh, lass uns nicht trennen! Endlich trennen, Alter! Komm, let's go zusammen! Auf geht's! No way! Aber... Nein! Nein! Okay, dann lass nach vorne und dann rechts! Ja! Okay, geil! Niemals trennen! Hä? Du hast doch keine Horrorfilme geguckt, oder wie? Man muss sich immer trennen, das ist viel besser! So, mit Springen ist man noch schneller! Wuhu! So! Hier ist jetzt nochmal was! Das öffnen wir jetzt! Hat jemand ein Medikit? Hier hat sie was zu essen! Wer will eins? Ja, hier ist ein Medikit! Ich hab nichts! Hier war ein Medikit und hier ist noch Heimung! Gönn dir! Okay, weiter geht's! Wohin? Da, wo wir gerade lang gelaufen sind! Okay! Wenn ihr springt, seid ihr schneller! Okay! Ja, aber wir verlieren eine Ausdauer! Wir sind das Springing Squad! Wuhu! Oh, stimmt! 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 Ja, ihr habt recht! Aber jetzt ist noch hell, weißt du! Jetzt können wir noch ein bisschen Gas geben! Wir müssen die Zeit halt möglichst nutzen! Ja! What the hell? What the fuck? What the fuck? What the fuck are you doing, Maid? Ach so, das ist nicht mehr hell! Es wird jetzt schon dunkel! Hier ist der Torm! Der Torm! Der Torm! Nur so, da muss jemand ein Foto machen von dem Bray, der da am Boden liegt! Yes! Oh Gott! Hier ist nur... Hier sind nur kleine... Und Batterien! Dann mach ich das, weil ich hab mir doch mal Batterien gesnackt! Warte mal! Ach, der liegt diesmal gar nicht hier! Die liegen immer woanders! Hier liegt... Ja! Wo liegt der? Okay! Wer hat ein Foto gemacht? Es liegt keiner hier, oder? Oh nein! Sag nicht, dass das random ist! Wirklich jetzt? Ja, ja! Hä? Okay! Aber hier ist doch ein... Ein Torm! Hier ist doch ein Torm! Okay, dann weiter! Schnell! Ja, dann weiter! Nee Leute, also das verstehe ich jetzt nicht! Also der, der vorne ist, macht immer Licht für alle anderen, oder? Ich verstehe das nicht! Ja! Das ist ein guter Plan! Ey! Oha! Habt ihr das gehört? Da ist der König der Löwen? Hab ich nicht gesehen! Sag doch mal! Na! So, wir haben hier wieder so einen wunderbaren Kasten! Was ist da drinnen? Essen! Ich nehme ein Essen! Ich will auch noch! Ich hab nichts zu trinken, by the way! Ich hab zwei Essen, einen eintrinken! Okay, jetzt noch ein Medkit! Dann gucken wir, dass du das nächste Essen kriegst! Äh, trinken! Genau! So, jetzt läuft... Jetzt läuft... Hier wäre anders vorne, dann mach ich meine Taschenlampe aus! Mh, lecker! Das nächste Trinken! Mh... Ich hab meine Kamera mal am Anschlag, falls der Killer kommt! Wir haben noch keinen gefunden, zu fotografieren, ne? Mh, lecker! Ja! I'm worried! Lecker Stink! Yes, indeed! Mh... Auch niemand? Mh... Das ist nicht gut! Das ist gar nicht gut! Das ist gar nicht gut! Das ist gar nicht gut! That's not good at all! Oh, oh! Ist keiner? Den sieht keiner! Aber der am Anfang wurde gar nicht angezeigt, oder? Dass wir jetzt einen von sieben haben, oder? Doch, doch, doch! Hab gleich fotografiert! Das hab ich nicht gesehen, okay! Nee, der hat doch fein gemacht! Der wurde auch nicht ausgeladen! Ja, feini! Oh mein Gott, der kann ja überall liegen! Vielleicht liegt der auch einfach querfeldein irgendwo, bist du? Deswegen! Das glaub ich aber nicht! Ist doch einfach zu dumm, um irgendwo zu liegen! Puh! Hinter uns ist der Gegner! Foto! 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 Wer macht? Wer macht? Soll ich machen? Ja, bitte! Ich konnte nicht! Weil ich noch nicht die Kamera geladen habe! Okay, hier ist noch ein Medkit und noch mal Licht! Und nehmt euch das ruhig alles! Lade noch nicht zu trinken! Aber es ist nicht so schlimm! Ja, nimm das alles! Das war natürlich dumm von mir! Ey, die Stockraue, Leute! Die Dummheit steht mir ins Gesicht geschrieben! Äh, hier geht's auch noch lang! Oh Gott! Ich habe keinen einzigen gefunden! I don't like it! No, me gusta, no! Ist auch eine große Insel! Können wir uns nicht ein Sequoia oder sowas mieten? Ja, das wäre geil! Oh, hier ist Wasser, oder? Ja! In Sumpf träge ich nicht! Okay! Geht ihr ins Wasser? Iiiiih! Iiiih! Geht ihr ins Wasser? Wo eine liegt, ne? An der Seite, so am Rand! Doch, wir müssen jetzt ein Ventil finden und das Wasser ablassen! Genau! Und da sind dann alle! Ich komme mal am Ufer! Bleibt mal da! Ja, wäre gar nicht dumm! Lass uns aufteilen! Oh, ich habe einen gefunden! Hier vorne liegt einer! Nice! Äh, ich habe auch glaube ich viele Batterien, deswegen würde ich das Foto machen! Ja, gerne! Nice! Und hier ist noch Essen! Ich habe schon Essen, deswegen... Ich habe zweimal Essen, ich habe nur nichts zu trinken! Ja! Ja, ich habe nur einen trinken und drei essen! Ich nehme gerne! Und selbst wenn ich was hätte, gehe ich es euch nichts an! Ja, stimmt, das Recht! Mein Fehler! Sef, bist du da ganz hinten? Ja! Ja, weil ich... Ich habe doch gesagt, bleib da! Ja, wir kommen jetzt zu schließen auf! Ach du, du bist schon da! Okay! Die Autotür, oder? Von dem... Oder das Segway! Den Seggy! Muss man auch immer umgucken, ne? Der Hintermann muss ab und zu mal nach hinten schauen! Denk dran, uns ist kalt! Wir verlieren jetzt gleich! Es regnet noch nicht! Also ich habe jetzt glaube ich das Ding einmal umrundet, oder das ist eine andere Brücke! Ne, ist eine andere Brücke! Wir sind jetzt durch den Sumpf durch und müssen jetzt auf der anderen Seite wieder zurück! Okay! Und denkt an, wenn es regnet, dann können wir erfrieren, dann brauchen wir... War das auch random, ob es regnet? Oder hat es schon geregnet? Weil wir frieren ja gar nicht! Mach deine Cam bereit! Ich habe meine Kamera bereit! Willst du pausen, oder? Ne, warte! Ich öffne gleich den Hosestall! Oh, nice! Wenn du so ein Brüllen hörst, dann! Dann! Okay! Dann lass ihn raus! Lass das Monster raus, Seth! Lass es raus! Okay, wo sind wir jetzt? Oh, hier vorne ist der Kasten! Richtig? Wollt ihr nicht irgendwie so, weiß ich nicht, mit so Papier oder mit Popeln beschnäpsen, oder so? Das wär schon geil, irgendwie! Das ist immer, wenn der kommt, der so ein paar klebrige Punkte da dran hat! Wir könnten schon so weit sein, hätten wir diese Kackleichen gefunden, warum sind die denn alle nicht da? Gute Frage! Die liegen nicht auf dem Weg! Oh, da vorne ist wieder eine Lampe! Aber haben wir überhaupt so viel an? Ich dachte, wir haben genau acht Punkte, die wir absuchen müssen, da liegen die! Ich hab bestimmt drei Schichten an! Ich hab auch viel an, Adolf! Ich muss mich richtig rauspellen, bevor ich schlafen gehe! Wollen wir zu dem Ding da gehen, oder wollen wir auf dem Weg bleiben? Der kommt gleich wieder! Ich weiß gar nicht, liegen die immer auf dem Weg? Oder lagen die nicht auch mal? Ja, glaub ich nicht! Aber ich sitze jetzt vermutet so an den... An den Keypoints, oder? Also... An den Keypoints, oder? Da haben sie bis jetzt ja immer gelegen! Okay! Also war nicht so, dass einer mal zufällig nebenbei im Gras lag und... Was ist das hier in dem Plumpsklo? Nee! Boah, ich muss auch mal... Hier, hier, hier! Kannst du fotografieren? Haben wir! Oh, ja! Okay! Was ist da so? Hier ist noch ein Trinken, hier ist eine Flair, hier ist ein Batterie... Oh, ne Trinken würde ich nehmen! Nimm mal! Und die Batterien, die kannst du auch nehmen Papo! Nee, du doch! Okay! Ich habe sieben noch! Okay, nice! Hier ist halt dunkel! Ich habe... Oh, ich habe ne Idee! Ja, das war richtig stark! Und hier ist... Nichts! also wirklich also diese flair die war richtig sinnvoll muss ich muss sagen du hast es einfach auch nicht weiter hier oder wo immer querfeld einlaufen ich glaube hier am ufer ich weiß auch irgendwo war eine höhle von dem bräne ja ganz oben aber ich weiß gar nicht mehr orientierungsmäßig wo wir gerade glaube irgendwo hier ist sie oh mein gott nein echt spaß oder kommt er er kommt ja ich mache ein foto ich muss doppel foto machen ich muss doppel von der verträgt jetzt auch mehr der sack wir brauchen langsam ein feuer ja ich mach eins nicht gut ja wir sehen ich glaube tatsächlich dass hier wo dieser steinhaufen ist das irgendwo hier in die höhle reingeht ich hab echt noch mehr hunger und durst null warum wird uns jetzt auf einmal kalt ja stimmt er kommt er kommt er kommt er kommt er konnte wirklich ja er kommt er kann ich noch eins machen aber hat mich geht es muss mich jetzt heilen okay habe ich gemacht okay es ist blöd jetzt habe ich die fotos mal weiter hier nach hinten zum licht laufen da ist noch eine lampe ja ich habe jetzt versucht hier lang zu gehen aber man schlussleid ist das so geil ja okay wir gehen zum licht oder ja netziger warte mal warte 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 ne man kommt hier oben nicht man slide darunter ich war das auch nicht kann es mir nicht zwingen ich bin schon wieder voller ausbau wieder voll am arsch hier skandalös jetzt fängt der durst dann warum denn jetzt noch einmal leute so ganz komisch ist eine lampe okay und wir hier links oder nicht wo wir ja ich würde links gehen weil wenn wir rechts wir ja dann gehen wir quasi im kreis im großen kreis zurück okay aber da kommt er ja man er nervt so guckt nicht so er läuft also alles in seiner physikalischen umgebung ignoriert ja voll so einmal fotografiert okay reicht recht am bild nicht wieder oder von der waren wir schon okay wir sind jetzt schon im kreis gelaufen wir müssen noch mal die karte vielleicht abfotografieren ich glaube wir müssen auch irgendwie reinlaufen ich mache mal ein feuer da haben wir noch mal so ein wegpunkt hier waren wir schon bist du ja das weiß und wir müssen uns ein bisschen aufwärmen seit gleich wieder alle mal aufwärmen er schön aufwärmen und dann haben wir wie viel jetzt drei oder vier ich glaube ich glaube wir müssen noch haben wir nur ja ich glaube wir müssen noch mal da wo wir am anfang waren dann mal nach rechts genau da gehen wir jetzt ja quasi gerade hin zurück da bin ich nicht zurück ich habe schon sehr viel um muss hier nebenbei mein resident evil hochladen wir beim turm ja das ist gut dann können wir mich da vorne einfach geradeaus gehen dann gehen wir in die andere richtung meine garmin hat sich von angeschaltet weil es laut schrien habe weil die dachte ich bin in gefahr ach meine meine apple watch die redet auch immer mal mit mir wenn ich hier aufnehmen leben sie noch echt jetzt so sind sie ja ja verloren in der dazu habe ich nichts gefunden es erschreckt mich jedes mal wir müssen es auch ein bisschen tanken wisst ihr ja okay ich habe jetzt einmal trinken und einmal essen gegessen da hinten ist das lagerfeuer ne okay ja genau dass der start lagerfeuer das heißt hier muss man geradeaus gehen oder rechts weiß ich lieber ich meine lagerfeuer machen müssen wir bleiben hier stehen lagerfeuer in die richtung wo wir genau wie geht es nach links sie waren dann noch nicht rechts aber wir gehen es quasi hier ja ja aber wir müssen noch aufwärmen ja okay dann wissen wir also dass wir bis dass wir links waren weil das lagerfeuer müssen links ist du hast ja noch volles leben das heißt am besten versuchst du den nächsten hit zu tanken damit wir weil wir haben ja auch noch ja also ich habe jetzt noch drei fotos kann ich machen beziehungsweise hier ja okay let's go okay dann jetzt hier lang jetzt kommen wir jetzt diesen komischen tanks ja vielleicht liegt da ja dann eine aber da war letztes mal keine ja genau das kann natürlich sein aber diesmal sind wir mit batterien ziemlich gut versorgt to be honest ja weil wir jetzt das spiel auch verstehen wir sind jetzt profis da liegt wer ich sehe es von hier schon der ist richtig der richtig gesichtsgrätsche gemacht sollte mich eigentlich nicht freuen aber ich freue mich da lag eine banane der sich freuen uns wir schauen mal was wird ja auch mal ein foto und drehe ich mal um die bräder ja ich bin auch nicht gespielt habe ich habe noch ein foto gemacht diese dumme sau okay okay dann laufen wir den weg quasi weiter noch mal bis zu dem genau und dann aber noch weiter geradeaus man kann auch nicht umgedreht genau sehr genau okay let's go oder warte warte wie schlau wir alles so jetzt ja wahnsinn ich habe ich krieg schon wieder langsam durst ich habe die hof und zwölf mein letztes ich habe auch kein trinken mehr ich habe auch kein trinken mehr aber es regnet und auf und nach umgucken ja stimmt ich habe wirklich sehr du es heißt es wird wahrscheinlich ins rotes an auch leben abziehen ja gut so dass wir zu viel rennen haben wir mehr du es ja ich glaube schon was ist auch mehr verbraucht die ganze zeit in die dunkelheit habe ich zwei augen sehe aber das einzige was mich anguckt ist genug ist gerne hier vorne gibt es wieder kalt hier sind zweimal trinken drinnen nimmt es ist kalt warum ist wir können unendlich lagerfeuer machen ja jeder hat immer cooler und das hat time gemacht weil sie sich 30 oder so macht ja also er macht nicht mehr schaden das ist wichtig wenn wir folgen dann weiter ja keine zeit noch wenn du seine mutige ist okay kann ich aber auch verstehen und wenn ich die karte richten körper wenn wir quasi den weg weiter folgen dann müssen wir irgendwann rechts abbiegen dann kommen wir zu der höhle von den beratern okay drei haben wir drei fehlen noch oder ich glaube drei fehlen noch her es wird er ist einem ist ja immer kalt was für eine scheiße ja ja das würde ich glaube ich auch wieder einer oder so dumm dass wenn die taschenlampe zu halb also die batterien halb alle sind die taschen aber auch nicht schon wieder hat sich den sind der macht nur geräusche um zu erschrecken okay was haben wir hier wir haben noch eine flair darf ich die nehmen jetzt ja und davon ist wasser hier keine mehr kein typ in der box hier vorne ja aber so ich würde man wusste nicht wir brauchen feuer brauchen feuerwehr kann feuer machen oder der brie kommt schon wieder ich kann nur ein foto machen ich kann in 70 sekunden ich kann in 130 ich glaube nicht dass wir so lange warten sollten ehrlicherweise war hier irgendwo leiche nähe ich habe ich habe auch seine ist eine weil ich wo seine leite nicht da nicht da ich hier vorne beim turm okay ich dachte nicht schon ich muss mir doch aufwärmen ich weiß gar nicht mal wie man die kamera zückt eigentlich mit c sieben das ist gar nicht schlecht ja wir haben noch zwei geht dann weiter ja okay jetzt aufgörst regnen nicht nicht wieder die klippe runterspringen ja doch den habt ihr fotografiert ja neben dem wenn er kein fotosymbol mehr drüber ist dann hat man den schon voll oft zu schlaumeiern ja ich wusste nicht ob du es weißt ja wusste ich dass du es nicht weißt oder dass ich wusste dass du weißt dass ich nicht weiß ich würde das jetzt nicht aus öffentlich machen das nachher backstage okay dass man auch nicht schnell laufen kann das macht mich irre der neue dyson mit extremer saugkraft ich würde den nächsten hit wieder tanken oder okay ich erfriere also ihr habt ihr habt ihr auch nichts mehr zum ich hab noch heilung das passt dann mache ich die nächsten okay wie viele medikets habt ihr noch zwei keine mehr okay ich auch nicht das schmeißt ja gleich direkt man auch noch drei aber helfen die auch gegen ihn ist es wie ein foto ich habe ich vorhin schon ausprobiert das hat leider nicht geholfen du hast dir bestimmt noch brandblasen gemacht ja wir müssen jetzt auf jeden fall mal umgucken dass wir wissen hier links ist noch ein licht und rechts also wenn wir links gehen und rechts hoffen ich kann mir ein medifac nehmen dann lade ich mich mal auf dann kann ich nämlich auch nicht sterben hinter uns er kommt er kommt er kommt doch wer will tanken ich habe kein wasser mehr ach so hier ist noch eine flair drinnen die kann immer mitnehmen also ich das nehmen mann du die letzte das eine sekunde er gesagt alles gut alles gut ich glaube wir werden noch was finden davon ist ja auch noch so ein großes ding aber das war das letzte wasser ok last wurde mir jeden tropfen schmecken lassen mir ist auch schon wieder extrem kalt und dann werde ich jetzt auch hier lang wieder aus hier lang weil hier geht es auch hoch da jetzt hoch das könnte der weg zum brathahn ok dann merken soll ich da vielleicht mal die braun feuer ja ich mache gleich eins freuen vorher auch hier was hier ich mache hier beim beim dingswagen ein feuer der herrschte das rein weiß ich habe ich nämlich auch er kommt wieder von hinten das war gut es war gut die nackenhaare abrasiert richtig wehgetan hat er mehr schaden gemacht du bist immer noch 90 habe ich gerade hochgeheilt ach so ist schon jetzt also ich muss erstmal meinen arsch wärmen wir dürfen nicht vergessen dass wir von hier noch hochlaufen können wenn wir jetzt ja da müssen wir gleich zurück wenn sie eine leiche finden dann geben wir auf jeden fall hin ok leiche suchen ausströmen ich hab so krasse ausströmung gerade den axeln oder hier kann man ich lange okay mir wird instant frisch wenn ich hier vom feuer weg gehe ja keine kommt schon wieder angreifen wie viele batterien hast du genug mach 1 ok mach 1 ich kann ihn fotografieren aber das war nicht gut der braucht zwei oder drei bauern ich kann noch ein foto machen also vorsichter film er hat sich mit dem foto mach mal rechtsklick wie viele batterien hast du unten in der mitte 3 ok du kannst halt auf kamera oder auf taschenlampe drücken und da wird quasi einmal auf die batterien dann auf was du es einladen willst muss nicht mehr auf die batterie drücken kann ja nee aber wie viele fotos hier machen könnte meine ja so eine batterie ist ein foto ist okay dann lasst uns mal weiter gehen weil hier ist nichts ich hab's auch gesehen auch gleich keine schlampen mehr ne also vorne rechts meintest du ja geht's hoch genau was mal ich dann meine lampe ich habe ich habe keine batterie mehr also ich kann nicht hier sehr gut ja das ist natürlich auch sehr gut dann schießt sich auch noch mal aber ich habe zwei schließlich auch noch mal eine geradeaus hier bei mir war das die letzte lebenspunkte technisch wie viel habt ihr 96 ich habe 47 das heißt ich sollte auf jeden fall nicht denken ich mache davon ist was mehr ein auto sehr gut dann habe und immer das oder und gleich soll ich hier ist noch eine leichte die muss fotografieren wo ist die ja ich mache ich mache ich mache ich will auch noch dass jemand kann das radio anklicken ist macht das nicht so vielleicht da waren viele batterien drin er kann es wieder licht machen weiß ja und wir brauchen lagerfeuer ich erfriere sonst okay ich mache ich kann ich kann ich habe schon okay das heißt ich habe jetzt die möglichkeit vier fotos zu schießen wir müssen noch eine leiche fotografieren und dann ganz schnell zurück und raus ich kann auch mit dem wg ich kann auch vier fotos machen ok na ist es sehr gut ich habe halt nur ich habe den boy jetzt auch immer fotografiert papa hast du das medkit reingezogen ich habe mir das medkit reingezogen ja ist ein geiler typ so ok weiter 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 dem w folgen und was zu ertrinken gibt dann gerne bescheid geben was zu ertrinken ich habe auch rotes trinken gerade roten durst ich habe bock auf ich habe bock auf wein soll ich dir eine traurige geschichte erzählen ja lass das nächste mal den nicht fotografieren sondern einfach in den rein rennen mit der schlägt ja ja der schlägt dann nicht mehr oder was er schlägt einmal zu da muss der mit der mit der höchsten die höchsten leben ja genau das dann aber hinten hoffentlich ist da die letzte naja sagt ihr er kommt von hinterm also er kommt von meiner seite macht hinter euch lauf weiter lauf weiter ich bin ja hinter euch und dann brauchen wir auch das haben wir aber das war scheiße looted mich ich kann das lager vorher nicht anmachen ich kann es nicht anmachen ich habe doch mal angemacht man sieht das aber auch nicht ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich noch ein letztes mal so ich mache ein foto von den bringen ja also ich habe jetzt keine heilung kann essen kann trinken stark ja aber aber die boxen okay die höhle ist oben links also mit quasi warte mal ja guck mal wenn wir jetzt wenn wir jetzt quasi wir sind ja hier beim lagerfeuer das heißt wenn wir jetzt dadurch gehen irgendwie da geradeaus zwischen bergen durch dann kommen wir zu dem see da müssen wir noch rechts am see vorbei dann kommen wir oben zu der höhle hin wollen wir das machen ja okay let's go okay dann quer fällt ein ja aber ich komme nicht mit music am anfang ist man halt echt noch super schnell und später hat man gar keinen sprint mehr ist voll kacke ja es war es ist einfach durch wasser durchgehend auch süß geht es ja schon stein dings davon ist sie das plumes clothing da können wir noch kurz zu essen suchen ja guter call guter call sind wir ein team eigentlich müsste man echt alles was jetzt wo wir jetzt sind abbluten und dann am ende müssen wir wieder zurück um den ausgang zu finden also wie also ich sag mal so das spiel ist ja so gemacht dass man sowieso überall hin muss ja ja dass man am anfang halt die ich glaube der wird halt pro foto immer stärker oder pro zeit das weiß ich halt ja safe und dann kann man ja erstmal die sachen die weiter weg vom ausgang sind fotografieren nur hier ist essen hier ist trinken oh nice ja da sage ich nicht nein danke und sonst nichts mehr unten rechts ist noch essen so das heißt jetzt hier geradeaus quasi einfach hoch folgt mir meine kinder ist vielleicht haben wir auch am anfang den bret hängen oder ich weiß nicht ob er halt weg geht wegen einem schlag jetzt nur doch am anfang ist er nach einem schlag immer abgehauen in den hat er 34 schläge gebraucht gemacht davon ist auch wieder eine box oder ja medkit wie viel habt ihr kein gar keins dann nimmt du das doch eins habe ich ich habe keins nämlich okay dann genug ich nehme noch ein essen und das noch ein flair drin die kann er kommt ja ich denke doch nicht doch ich hab getenkt ja ja gut okay warte mal jetzt müssen wir müssen weiter hier lang hast du dir die karte vielleicht sollen wir das noch fotografieren dachte ich mir nämlich auch ich hoffe wir verlaufen uns jetzt nicht wir müssen jetzt hier irgendwo links rein nein nein hier wird irgendwo der der höhlen eingang sein ja ich glaube hier vor ja 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 geil geil okay sehr gut ich bin orientierungskönig das wäre so süß auf süß einfach angeblich dass das groß ich finde das ist schon so eine average höhle so und dass wir das jetzt machen weil ich glaube dass es nachher große hier rum latscht echt nicht so geil also hier ist bestimmt irgendeine leiche ich habe keine gedacht hier vorne ist eine weiß ich mach da liegt auch noch ein taschenlampe kann man die mitnehmen oder so ein batterien drin ist empty die box das empty okay das heißt wir haben jetzt das komme ich das muss das was das da vorne das war nichts ich habe auch gedacht irgendwie ein koffer oder so steht wie groß ist diese höhle wir spielen ja nicht wir gehen wieder raus genug ja tschüss du bist ja schon ausgang guck mal oh gott bleibt da stehen okay jetzt links lang zu dem licht ja immer nur einer leuchten und den licht laufen hinterher ja oder halt nicht leuchten oder so okay ich glaube wir schaffen das leute wir schaffen das können wir deshalb der liebe ja ich denke wenn es sein muss okay dann noch vorne zu dem holz ding wird auch langsam kalt das wird es auch im auge behalten also mir nicht noch nicht wir müssen noch gar nichts okay bei mir schon alles warum ist das so ist das so komisch unterschiedlich das ist besser trainiert hier liegt keiner oder ich sehe hier zumindest kein okay dann links lang würde ich sagen ja immer so durch ja wartet wartet ausdauer das müssen wir eh gleich unsere eierchen braten oder unsere eierstöcke je nachdem je nachdem wachtel eier ich habe ja kleine im gegensatz zu euch obwohl sind eierstöcke so viel kleiner als eier und mann weiß ich gar nicht eigentlich relativ nicht unterschiedlich von mensch zu mensch oder glaubst du klar ich habe zum beispiel extrem kleine eier also aber die eier also vielleicht ist es dein hoden sagt aber die eier an sich sind doch mein hund sagt es extrem eng Spaß nein aber ist ich weiß nicht ob halt die so ein unterschied haben aber also klar es gibt verschiedene größen vom hoden aber von den eiern vielleicht so minimal so ein bisschen aber nicht so arg oder alles so weiß ich runter und untersuchen sich im chat ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ist halt ist halt wie alles körpergröße ja unterschiedliche also ein großer mann hat große finger und wahrscheinlich auch größere eier ja das schon das kann natürlich sein also ich kenne ja auch nur meinen körper ja die größten balls habe auf jeden fall ich weiß nicht was war das das war eine bestätigung ist die realzeit ich muss jetzt ein bioreal posten echt jetzt ja ach ja witzig ja dann let's go ich würde auch noch hier den disco fotografieren das wird echt typisch freitagabend gespräche so schön ja ich will ja noch die anderen zwei bürger haben wissen wenn ich meinen freunden so meine bürger sind gleich ich mache macht immer ein foto oder soll ich ja mache ich mache ich mache ich glaube hier was zu essen also ich mache jetzt vorsicht ich mache jetzt dass wir nicht doch in meine kamera war leer ist gut ja macht okay vorsichtig ist auch wieder eine schlucht und dann let's go holt die mal nehmt euch die mal ja ok weiter lampe raus einer leuchtet technisch gesehen leuchtest du gar nicht also technisch gesehen hast du recht hier ja gut gett im when i wake up in my own pink world der prater oh ja oh ja 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 okay machen wir weiter machen wir weiter jetzt also folgt dem pfad des grauens genau so sieht es aus wenn das finanzamt fragt ich hab getankt alles gut hat wehgetan sag ich im club auch immer zu meinen freundinnen ich hab getankt aus gehört haben wir den schon fotografiert ich hab noch null hunger by the way null auch nicht null durst die ganze zeit das ist gut dann kannst du nicht den hunger tanken ja denken sie den hunger oder ich denke also bin ich genau genauso ich stinke ich kann nicht mehr ich kann das alles nicht ich will nicht mehr ich kann nicht mehr ich habe die oder vorne ist das das ding startlagerfeuer der bre kommt schon wieder von hinter uns wer will tanken oder ich glaube ich mal ein foto ich mal ein foto ich denke ich denke ich denke ich sollte ja so lange schon der tank schon zwei jetzt okay so hier vorne haben wieder eine box hier ja medikett liegt er ist aber vielleicht mal wieder ein lagerfeuerchen oder da drüben beim lichtern oder wo jetzt fängt der dorst an der dorst der dorst okay wir könnten auch hier noch rechts lang gehen also quasi in die richtung machen wir jetzt hier ein lagerfeuer dass wir wissen dass wir hier ein kleines hat freut mich auf jeden fall dass ihr eingeschaltet habt bis die energie geht auch wieder hoch wenn man hier im lagerfeuer steht das klagefeuer ganz langsam das fegefeuer also ich hab jetzt nur noch 60 heißt es jetzt wir gehen jetzt erstmal nach links oder nach rechts lass mal dass wir hier dann gehen müssen den grönen rechts rot vermeiden okay wo bist du ja dann hier lang haben wir aber noch ein flair diesen weg hier so ran jeden rein lang ich denke ich denke also nicht fotografieren macht er zwei schläge der macht er kommt straight up von jitistan aus jitistan ist das hier der ausgang wo wir lang müssen machen dass wir einfach das wir sehen von weiten also ich hatte nicht mal mehr das kälte symbol ach doch jetzt also halt nur dass wir sehen davon waren wir haben jetzt auch wir wissen wir wissen ja wo das ist wenn wir von dem grundlagerfeuer müssen wir eigentlich nur straight up gerade ausgehen von diesem runde ich kann hier eins hinsetzen ja selbst mal lieber weil von weiten ja wir haben so viel feuer im wald gelegt hoffentlich brennt der scheiß heißt wir gehen wir zurück zum anderen lagerfeuer und danach links war es glaube ich oder rechts je nachdem aber nicht so schnell ich könnte ich kann das sind mal am lagerfeuer kurz aufwärmen weil langsam ist ja reicht es wir haben jetzt so eine lagerfeuerkette gemacht wie bei bei her der ringe hier mit den ja genau wenn die dann kommen oder ist er wieder da ist er wieder da kommt er wieder da kommt er wieder da kommt er wieder da kommt er warte uns er kommt wieder kommt wieder wo seid ihr wo seid ihr ich hab leider getankt das natürlich jetzt aus hast du keine heilung mehr ich habe noch heilung doch die ziehe ich mir jetzt auch rein keiner kann mich aufhalten so wo müssen wir jetzt hin jetzt hier lang weiter ok let's go zur laterne sicher weil ich mich auskenne ich kenne mich aus ich kenne mich einfach aus was studiert ich habe studiert ok nenne alle videospiele youtube gaming facebook gruppen formate ein hochstabler ein hofstabler mach mir den hochstabler ich bin ein hochstabler hier ist einer mach schnell ein foto ich mache schnell ein feuer so i take a picture she took a picture aber wir brauchen noch zwei geil ja bringen wir sind tiere jetzt regt gezahlt müssen wir uns noch mal aufwärmen ist eine flache ich konnte da nehmen also jetzt wird er wahrscheinlich drei jetzt denken ja ich habe noch vier fotos auf jeden fall ja auch ich mache es meine auch rein noch zwei fotos habe hier und das vier fotos kann ich jetzt machen gut dann lass mal schnell weiter oder seid ihr alle auch gewärmt ich bin sowas von warm bin quasi heiß einer muss leuchten immer wenn er vorne ist hat nichts zu bedeuten ist nur eine vorwarnung naja für mich hatte das schon ganz schön was zu bedeuten ich habe mir gerade übelst eingestuhlt und wenn nichts mehr zu trinken ich brauche jetzt die das reihe kommt von hinter uns ja aber ich weiß noch geht das mache ich jetzt auch passen bei reichen hier ist noch ein medikit wie viel leben habt ihr ist noch erst noch ein 60 also erst habe ich dann nehme ich das nicht brauche ich mache ich mache auch los was ist nicht mache es nicht nicht aus licht aus wir brauchen keine lampen jetzt und sehe ich das feuer nicht ich mache erstes foto warte ihr müsst dann auch ein foto machen ja passt das wollte denken ja gut dann hätte ich das vorliegen mal ein bisschen weiß ich mein aber das schlägt ja trotzdem zweimal jetzt zu ok jetzt ich werde die sonne weiter ja jetzt kommt es kommt habt ihr noch flares jetzt hat ich mache ich glaube da brauchen wir nicht aber gleich mal wenn wir einen dunklen part haben also kannst von der laterne quasi jetzt hier geradeaus ins dunkel schießen ja dann geht es ja auch nach rechts und hier geht es auch nach rechts oder wo soll ich jetzt nochmal geradeaus in die richtung noch zwei oder links und rechts ne ja die lage letztes mal auf dem weg einfach glaube ich erst mal beim ersten run ich bin ich bin am frieren jetzt ja könnte man lagerfall machen ich auch ich kann ja jetzt kommt ja gleich wieder der sack ich glaube auch ich habe 69 leben also wenn wir jetzt wenn wir jetzt verteidigen mit mit fotos dann müssen wir halt jeder eins machen damit er aufhört und anzugucken dann brauchen wir nicht noch ein foto machen wenn er so gestand es war erst mal kurz bis er noch ein foto macht genau 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 okay und weiter geht's ich habe noch mal was reingesnackt so eine ganze packung chips sehr schön die ganze kondensmilch ja 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 gang 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 tobos so sondern boxyer box oder zum bahrers k rest nylon ne ich habe nicht doch ich brauche ja und eine heilung ist hier ich habe jetzt 50 habe ich habe zwei admissions ich könnte noch batterie gebrauchen dazu asked aber ich brauchen unbedingt lagerfeuer der energie noch 53 ja ich mache hier einzig mal eins ich habe kann keins nicht aus das feuer ist schon an ist nicht an doch nein ist bei mir nicht an kannst du dir eins machen nein scheiße ich muss zurück ich muss zurück wohin wie viel leben hast du denn der brie kommt der brie kommt er macht nur ein hit gerade 30 35 auf gott oh gott heilung rein jeden ja kann ich ja dann bei medkits verbraucht dann lass weitergehen das feuer ist mir nicht an bei der welt hier sind blöd verbraucht echt super viel ausdauer gerade mir ist aber kalt leute ich muss ich kann in 24 sekunden 1 machen ja das ist gut und dann weiter gehen 12 sekunden ja und wird es auch kalt sechs sekunden hier bei der brücke dann und auch im stieg vielleicht auch ich kann es nicht machen scheiße dann auf der anderen seite oder ja und ist gesetzt wird es an jetzt auch langsam durst hier ich habe keine heilung und kein wasser und wie geht es nicht so gut nur ein wasser ich habe auch roten durst mittlerweile wir müssen jetzt halt nicht hin machen ja ja hier ist noch ein turm wenn hier eine leicht ist dann brauchen wir noch eine ja hier ist ein da ist gleich wasser und dem wasser nämlich 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 habe ich genau mich wird auch ein verleiben weiter dem weg weiter folgen oder ja ja scheiße wo waren wir denn jetzt noch nicht ich habe einfach gemacht ja drei reichen noch perfekt sehr gut vom ist wieder kalt ich verdurste aber ich brauche jetzt noch ein foto von euch hier fotos noch machen ja aber wir müssen uns halt verteidigen ja 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 stimmt wieviel wieviel ich habe hier immer noch eine flair ich habe vier oder ich habe noch viel ist kalt macht aber bitte jemand erwartet ich kann selber ein feuer machen ja wo ich jetzt noch ein 30 und schon wieder kommt sie da ich habe noch drei fotos ich habe kein foto mehr ich habe drei fotos und hier und ich habe frei dann haben wir es eigentlich nur noch einmal abwehren und ein foto das ist jetzt habe ich erstmal noch was okay ich war ready weiter ja ja wir müssen unbedingt weiter nicht mehr viel leben weil ich habe 67 ich denke dass es ist oh my gosh wir brauchen jetzt ja nur noch ein foto wird die ausdauer auch echt langsamer gehen bei mir geht es geht noch hier kommt ja alle sehr gut wenn da vorne wenn das da vorne ist ja bitte 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 wo er kommt ich mache ein foto ich bin tot egal blutet mich ich habe getankt ich bin tot nicht wo du hast ihn okay du uns gut und so das alles gut alles ganz gut ich liege hinten am baum auch hast du schon gesehen ja ich habe das ich habe euch beide gelootet okay dann lauf ich kann nur kein feuer machen ja das blöd nein ich bekomme eine leiche liegt ich sehe nix oh shit ich kann ich kann die ganze zeit rumfliegen das ja geil ja das ist geil du warst noch nicht tot doch doch aber nicht so lange deswegen wir müssen jetzt als ich weiß nicht ob wir im geister modus die leichen sehen hier ist eine box ist offen schon ja das heißt da waren wir schon ja ich sehe ich glaube wir müssen halt die map echt abfotografieren hier ist wieder dieser see scheiße ich habe noch 120 sekunden das überlebe ich nicht das überlebe ich nicht hatte kein mit als erstes gestorben ist glaube ich bin ich und dann ja ich dachte er wäre weg er hat immer weiter auf euch eingeschlagen er kommt gerade hinter dir auch wenn du so ein licht du brauchst wegen dem cooldown für das lagerfeuer ja so ok 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 let's go 1 2 3 4 5 5 so screenshot das hier nimm ruhig noch das letzte was ja ich mach das foto ich weiß nicht ich glaube wir sollten uns aufteilen ich bin ehrlich ok lass uns probieren ok einer geht ich nicht das funktioniert nicht leute wegen den lagerfeuern ich glaube schon dass es am anfang funktioniert probieren wir es ich glaube jetzt nach links du läufst jetzt nach links ja also wenn du da vorne bist läufst du nach links ja danke like ok das heißt sie läuft zu dem tanks und dann läufst du einmal um den see rum wir treffen uns wir treffen uns bei der höhle ich weiß nicht ob ich das wieder finde aber probieren also wenn du wenn du dem weg die ganze zeit folgst genau ich bin ja hier dann gehe ich jetzt nach links musst du irgendwann weißt du wo wir noch gar nicht waren ja du hast ja den screenshot jetzt oder ja bei dem turm im see ja ne da waren wir echt noch nicht dann gehe ich jetzt links ok das heißt äh sef wo willst du hin guck mal sef wir gehen da vorne rechts ey ihr müsst euch auch aufteilen ja pass auf ich gehe hier lang ich gehe hier lang du gehst da wieder durch ok ok dann gehe ich da und rechts und dann gehe ich links ok let's go äh ich weiß noch nicht so ich seh die tanks da liegt einer hast du alles aus der kiste mitgenommen oder? ja da liegt einer ich halte das für keine gute idee wir können uns nicht wenn ich ne box finde dann nehm ich halt alles mit ja ist ok ja ja das ist ok so ich hab einen gut oh da bist da ist jemand anders oh shit bei was? naja irgendeiner von euch ist da wo ich bin ok ich brauche noch gar keine anzeigen dass hier irgendwas mit essen und so ist ich ahne nicht ne ne das kommt erst wenn es dunkel ist ach so so wir verbrauchen auch jetzt halt viel mehr heilung und licht aber es ist halt so yes sehr nice es wird das heiß aber da wird es halt auch schlagartig aggroer ja aber das ist ja ok ja hör ihn der schreit ganz weit weg von mir das ist super bei mir auch sehr weit weg ja geht so ich glaube ich laufe ihm entgegen ok die lampen sind an es ist dunkel ja das ist aber unangenehm allein findste ja jungs mag das gar nicht ich lieb das ja boah wenn du so im wasser bist ey bengalos patronum bengalos liviosa empty die ist auch empty genau jetzt gehe ich nämlich ok doch 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 wir waren schon bei dem bei dem haus im see das war im sumpf das da gehe ich jetzt auch hin dann komm wir haben jetzt schon vier von sieben ja dann ist das äh und es ist gerade mal dunkel geworden abo warst du hier gerade an diesem an diesem in der nähe vom see ähm ne ich bin weiter links davon ich glaube der kommt jetzt gleich zu mir bin ich links auf dem auf dem weg zu dem haus äh im sumpf ich glaube der holt mich jetzt gleich ne der kann er gar nicht ich habe ihn abgewehrt er kam nice sehr gut sehr gut sehr gut er kam auf dich ok crazy aber auch ein bisschen manche können sich halt einfach auch nicht zusammenreißen ja wenn ich dich so sehe würde mir das auch schwer fallen muss ich sagen da ist er bei mir ist er glaube ich weiß wenn ich rot sehe werde ich zum stier ne das hört auch nicht deine haare machen mich ganz wild wir müssen es halt merken wo wir waren also ich war jetzt bei ähm dem turm habe ich eine gefunden also ich bin wieder in irgendeiner schlucht und komme jetzt hier nicht mehr raus perfekt nein oh man ich würde einfach nur hier schnell durchs wasser oh nein Seth Seth du musst einfach schwimmen lernen please no okay jetzt weiß ich halt nicht wo ich hin soll ich mache jetzt mal hier mein lagerfeuer das ist schwer jetzt wo bin ich jetzt jetzt mal da wo die lichter sind ja da hinten das ist nicht schlecht okay ich bin jetzt beim turm im sumpf ich bin jetzt bei den holzpflögen dein holz war aber auch noch nie einer irgendwie hier ich bin wieder raus gut beim holz war ich noch nie einer oder da wo diese holz ich glaube nicht stämme sind aber wenn du bei dem holz bist da musst du quasi nur ah doch ich habe einen okay nice ich glaube ich hoffe ich habe hier keinen übersehen das wäre nämlich arsch okay ich habe einen okay höhle könnte noch einer sein das heißt wir brauchen eigentlich jetzt nur noch einen absoluter dunkelheit rum wahrscheinlich ist da hinten einer von euch ich mache jetzt mal kurz ich weiß überhaupt nicht wo ich bin oh shit nee das ist keiner von euch das ist ein straßenlaterne so ich bin jetzt auf dem weg zur hülle quasi scheiße der kommt nice kommt der zu dir Seth wieder ja hast du genug batterien zum verteidigen ja okay nice uiuiuiuiui einmal fotografiert gut aber er hat mich trotzdem gehittet na okay hast du mal nicht schlimm hier ist ein feuer von einem von euch ich habe die letzte ich habe noch einen okay nice das heißt jetzt nur noch Höhle jetzt nur noch Höhle chat äh Leute ja diese Streamerkrankheit weiß nicht mein so dann können wir jetzt schon mal zurück oder äh ich weiß nicht wie das war hier mit dem wo ist dieses Holzding das steht da nicht drauf oder äh Holzding das ist oben rechts da wo die Straße so äh in der Sackgasse endet oh hoffentlich ist es noch einer der Höhle also da ist die Höhle dann in der Nähe ja oh Gott ich weiß nicht in welche Richtung ich jetzt soll wo bist du denn du bist doch zum See gelaufen bist du links oder rechts lang vom See ich bin jetzt hier an dem Holztruck ah warte dann komme ich zu dir weil ich bin da auch da ist doch hier ein Lagerfeuer okay das ist ein Monster von mir ja das ist ein Lagerfeuer ja warte komm zum Lagerfeuer ich bin auch da wir könnten ab jetzt wieder zusammen bleiben ja das ist gut ja echt ich bin auch quasi fast bei euch also wir können es bei der Höhle treffen wisst ihr wo die Höhle ist ne ich bleib mit genug beim Feuer beim Holzlager ja da ist ein Feuer in der Nähe da müsst ihr eigentlich nur den Weg zurück und wenn ihr an der Gabelung seid rechts an der Gabelung die habe ich gar nicht gesehen also ich war bei der Gabelung da war dann das Auto hier ist eine Gabelung genau aber da ist vorne das Auto wenn du da hochläufst oder dann hier okay da geht es eigentlich zurück deswegen lass uns einfach mal zusammenbleiben Papa Delle schafft das schon ich werde es versuchen wir yeeten beim Ausgang und du okay ich komme jetzt über ach nee jetzt bin ich warte mal jetzt ah ich bin beim ich bin beim beim See gerade okay das heißt ich muss jetzt hier hochlaufen ja ja doch 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 uiuiuiui ich bin bei Gnu aber ich finde es gut Hunger und Durst setzen noch nicht ein bei mir auch nicht bei mir ist gerade nur gefrieren aber das kann ich noch aushalten weil ich habe noch 100 HP okay gefrieren ist auch ich habe nicht mehr das Symbol so da hinten ist was that's good aber das ist nicht die Höhle ne ich würde jetzt eh gucken dass wir zurückkommen weil wenn wir zu Papo rennen oder alle zu dritt wieder zurück ich werde ihn hinten ne oh ey ihr fotografiert den trotzdem ja ja ich habe ihn fotografiert uff ich habe jetzt die Karte gleich ich kann es gleich gucken wo wir sind wo bin ich jetzt so wir sind jetzt hier beim Turm hier lang oder da lang hier lang ist schon einer genau die habe ich schon fotografiert das heißt wir müssen jetzt ich guck mal auf die ich muss entweder da lang oder hier lang das ist die Frage wir sind in die falsche Richtung genau wir müssen eigentlich zurück shit ich muss mir das mal hier auf ja okay lass mal zurücklaufen okay also warte mal ich bin lass mal zusammen zur Höhle gehen da ich glaube hier richtig ne 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 warte mal ich bin hier hochgekommen das heißt okay ich weiß ich kann zur Höhle kommen oder zum Holzlager lass uns mal bei der Höhle Holzlager da kennen wir uns aus dann bringen sie uns zur Höhle dann gehen wir zusammen rein ich bin gleich wieder beim Feuer ja ich sehe euer Feuer sogar ich sehe euer Feuer nice da sind wir auch gleich ah der Brie ist wieder bei mir ich habe ihn nochmal verteidigen können nice es wird es fängt an kalt zu werden hier okay ähm könnt ihr ne okay ich komme mal zu euch ja ich bin ich bin gerade beim Höhleneingang ne ach so warte mal ach da seht ihr mal leuchten seht ihr mal leuchten oder nicht ja aber ich muss ganz schnell zum Lagerfeuer ich verliere Energie ich auch okay ich auch ja ich muss da auch okay lass uns da mal schnell treffen ja ich sehe euer Leuchten ich sehe euer Leuchten ja oh Gott Hilfe ich habe halt gar keine Ausdauer ich habe kaum Batterien ich habe gar nichts gefunden ich habe nur rumgedümpelt ich bin beim Feuer ich komme auch ich bin auch gleich da ich habe halt alles ne ich habe drei Heilungen zwei Wasser zwei Essen sieben Batterien alles vollgeladen ich habe nichts mehr good life okay hi 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 sehr gut ey falls ihr Ressourcen findet lasst die mal bitte oh er kommt wieder er kommt wieder ich mache das erste Foto ich mache noch eins drei Fotos brauchst gerade nice ich kann nur noch ein Foto machen ich habe noch drei in der Kamera dann lass uns jetzt mal zur Höhle gehen ja ich bin ready ich habe noch super viel ich kann auch wieder ich kann auch Lagerfeuer machen easy ich könnte eine Flare hier gerade ausschießen nee ich habe keine ich habe nice in deine Kapuze rein muss ja irgendwo die Wand sein genau der Dingsschrei ah ne er kommt wieder oh ich glaube ich denke ich denke ich denke ich kann nicht denken sonst bin ich tot boah jetzt braucht er echt viel jetzt hier in die Höhle jetzt hier in die Höhle ich kann auch ein Foto machen also wenn wir das Dings ich kann gar kein Foto mehr machen ich habe noch viel okay okay let's go lass mal jetzt aufteilen oder zusammenbleiben komm Papa wir gehen rechts kommt ja eh aufs Gleiche das war eigentlich hinten also wenn das Ding nicht hinten ist dann haben wir eh ein Problem ja stimmt ja das wäre echt scheiße ich guck mal falls ihr ressourcen findet lasst die mal bitte ja ist hier ist hier ist hier und hier gibt es auch ressourcen nice Fotos da geil 7 von 7 nee ich brauche die ich brauche die ressourcen okay hol die mal ich weiß nicht wo äh hier hier ja ich komme ich habe nur keine Ausdauer Rucksack ist hier das lädt sich gerade so schlecht auf oh er kommt ich mache jetzt Fotos ne ja aber ich brauche halt Batterien weißt du ja ich habe ja auch keine gehabt so Sack geht ja wir müssen jetzt ja auch nur noch zurück ja wir sind jetzt bei der Höhle das heißt am See vorbei nach unten genau ich warte mal vorne auf euch und mache schon mal ein Lagerfeuer das ist gut ich komme nicht hinterher meine Ausdauer lädt sich super langsam auf hast du Essen und Trinken ich habe einmal ja ja schmeiß dir alles rein wenn du wenn du gegessen hast und sowas dann regenerierst du viel schneller wieder Ausdauer aber er kommt schon wieder er kommt schon wieder oh shit shit ich kann gar nicht auf fuck ich bin tot ich habe so nicht okay ich habe noch was looted mich looted mich ich habe alles Seth nimm du mein Zeug scheiße ja zu spät lauf 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 ja wir müssen uns beeilen das ist das Ding ich kann nicht du kannst ich kann nicht rennen das sag ich doch die ganze Zeit habt ihr mich gelootet ja ja das war dumm egal halt ich landschafts einer ist egal das ist aber so dumm dass man keine Sachen geben kann lad deinen Film hoch ich soll meinen Film hochladen ja halt deine Batterien in deine Kamera rein dass sie voll ist weißt du ungefähr wo es lang geht wir müssen jetzt die ganze Insel hier einmal umrunden ne nicht umrunden wir müssen nur querfeld ein naja achso ich bleib halt bei dir falls das Monster kommt damit ich das fotografieren kann ich hab gleich keine Tasche noch mehr ich hatte so viel Heilung der hat mich so weggegetet er hat mir auch nicht geholfen er hat aber auch dreimal auf dich eingeschlagen ich hab mir auch nicht geholfen so hintereinander das war so ich hab dir geholfen sogar ich konnte nicht kein Fotoapparat oh es kommt von hinter uns gerade hat mich hat mich hat mich ich kann kein Foto machen mach ein Foto mach ein Foto mach ein Foto oh Gott lauf 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 tu den Seth looten und lauf 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 nicht zum looten alter und mach deine Kamera wieder voll boah ich weiß gar nicht wo du bist ich hab gar nichts mehr oh mein Gott das gibt's doch nicht jetzt wird's jetzt wird's richtig scheiße weil ich hab nur 35 Leben ok ich muss sprinten ok wir sind hier aber im Wasser oder? ja ok ich hab dich oh nein da vorne ist er verschwinde und komm nie wieder das war auch nicht er kommt ne ich pack ihn jetzt fest ich pack ihn fest er hat keine Chance er hat ne Chance erst ein Wasser hinter mir ah ich seh auch nicht mehr äh ah aber wenn ich da zur Kante komme heiße nein fuck ah you escaped du bist in common popo du bist in common hä was da steht you escaped ja easy let's go oh ja geil geile Nummer wir sind auf jeden Fall entkommen zwar nur noch als Torso ohne Gliedmaßen aber äh ei 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 so ist das Spiel gedacht aber ich fand's gar nicht schlecht ich fand's cool dass auch der Gegner so krass schnell besser geworden ist und dass das wirklich eine Herausforderung war am Anfang dachte ich mir easy aber es war doch schon knackig also fand ich cool ja aber ich glaub aufteilen ist schon eher der der way to go ne ja aufteilen und dann let's go so schnell es geht dann muss man aber irgendwann wieder zusammen kommen ja allein wegen der Verteidigung das klappt das nicht aber ich finde wir haben es eigentlich echt auch gut gemacht mit dem Zusammenkommen ja das stimmt ja aber liebe Leute wenn wir uns halt instant bei der Hülle treffen sollen dann wären wir auch schneller wieder runtergekommen ja ich glaub auch aber ganz wichtig Leute falls ihr weitere coole Multiplayer Horror Games die frisch raus kamen kennt empfehlt sie uns in den Kommentaren wir wollen das unbedingt nochmal zusammenspielen yes und äh das Daumen nach oben da und Abo würden wir uns alle sehr freuen und alle sind unten in der Beschreibung verlinkt und wir sehen uns dann mal ein bisschen kusiii tschüss 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 Tschüss